2. Trink es und geniessen. Lass es sein, du würdest es bereuen. Du weisst, es wird dir gut tun. Lass es einfach überbringen. Wieso solltest du das nicht wählen? Du brauchst das nicht, du bist es auch ohne. Wenn es bist, dann lehr dir Flasche. Erfährst du nur. Ohne bist du nicht. Du bist der Beste, also gib dir dein Leben an. Ach was. Vertraue mir, es gibt nichts Besseres.